Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Heute zeige ich dir ganz kurz und ganz leicht, wie du deine lokale IP-Adresse änderst. Und dafür müssen wir erstmal den Netzwerkadapter öffnen. Das machen wir, indem wir auf Start gehen und dann hier Netzwerkverbindung Anzeigen eingeben. Bei mir wird das jetzt hier oben schon angezeigt. Da drauf klicken wir und dann sehen wir hier verschiedene Netzwerkadapter und dafür wählen wir den aus, den wir gerade benutzen. Bei mir ist es der WLAN 2. Dort rechtsklick drauf machen, auf Eigenschaften klicken und dann klicken wir hier Internetprotokoll Version 4 an. Dann klicken wir auf Eigenschaften und hier ist jetzt IP-Adresse automatisch beziehen eingestellt. Wir benötigen aber jetzt folgende IP-Adresse verwenden. Also hier das Anwählen und jetzt müssen wir hier unsere gewünschte IP-Adresse eintragen, unsere Subnetzmaske und Standard-Gateway. Wie ihr das herausfindet, zeige ich euch jetzt gleich. Dafür gehen wir wieder auf Start, tippen cmd ein, drücken Enter oder klicken hier drauf und hier geben wir jetzt IP-Config ein. Dann sehen wir hier die Netzwerkadapter. Das ist jetzt hier der vom WLAN-Stick und hier wollen wir die IP-Adresse ändern. Die jetzige ist 10.20 und wir wollen die jetzt auf 10.21 machen. Und hier sehen wir auch die Subnetzmaske. Auch einfach abtippen. Das ist meistens dieselbe 255.255.255.0 und das Standard-Gateway ist die IP-Adresse von eurem Router. Die steht hier auch und das ist in meinem Fall 10.0.0.1. Einfach abtippen wieder. Und bei euch könnte das anders heißen. Bei euch könnte es zum Beispiel mit 192.168 losgehen. Also hier oben bei IP-Adresse und bei Standard-Gateway. Also lasst euch von meiner IP hier jetzt nicht verwirren. Dann müssen wir noch den DNS-Server festlegen. Und dafür verwenden wir einfach wieder die IP-Adresse von unserem Router. Weil der hat auch einen DNS-Server integriert im Normalfall. Also wieder dieselbe wie beim Standard-Gateway. Und als Alternative nehmen wir den DNS-Server von Google, weil der ist immer erreichbar. Das ist 8.8.8.8. Genau. Dann einfach OK und schließen. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt können wir noch kurz überprüfen, ob sich die IP-Adresse wirklich geändert hat. Wieder mit IP-Config. Und wir sehen hier, es ist die neue IP-Adresse. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.